Hallo liebe Kinder und Jugendliche, mein Name ist Diana Golze. Ich bin die Sprecherin für Kinder- und Jugendpolitik der Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag. Ich habe von eurer tollen Aktion gehört. Ihr wollt euch 72 Stunden lang engagieren, wollt viel Gutes tun und ich finde es richtig, dass diese Aktion heißt, euch schickt der Himmel oder uns schickt der Himmel. Ich finde das wirklich eine super Idee. Eigentlich bin ich ja dafür, dass die Politik mehr für Kinder und Jugendliche macht, Rahmenbedingungen setzt, in die Infrastruktur investiert, aber es wird trotzdem immer Menschen geben, die sich ehrenamtlich engagieren, ohne dafür Geld zu bekommen. Ihr habt euch entschieden, ihr wollt das tun. Ich finde das klasse. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß, viel Glück, viel Erfolg und ich bin mir sicher, es wird was Nachhaltiges bleiben. Vielen Dank. Hinten in dieses Land. Uns schickt der Himmel.